So, heute gibt es mal wieder ein spontanes Video, es wird definitiv ein Rambling und ja, Vorwarnung, es geht wieder um den Kanal, um mich, um meine Meinung und so weiter. Ich möchte allerdings eins klarstellen, ich will mich hier absolut nicht wieder, wie viele im Denken, rechtfertigen. Ich will einfach nur ein paar Dinge besprechen, wie ich ein paar Dinge sehe, wie andere Leute Dinge sehen, gerade wenn es um das Thema Objektivität geht. Irgendwie Tests gut reden, schlecht reden, was Gegenmarken haben, was Promarken haben, das ganze Thema. Und dass man eben manche Dinge sagen kann, nicht kann, sollte, nicht sollte und so weiter und so fort. Also, das ist so ein Thema, das mir gerade ein bisschen so die letzten Tage eher aufgefallen ist, wenn ich auch andere Tests sehe, wo es mir eben auch persönlich so vorkommt, als ob da manchmal, ja, ich glaube, ihr könnt zwischen den Zeilen lesen. Was ich hier in dem Video machen werde, ist auch ein paar Kommentare vorlesen. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich will ja auch keinen damit direkt angreifen, ist auch nicht wirklich da, was man einen angreifen könnte. Aber mir sind einfach so ein paar Kommentare so ins Auge gestochen, die sind natürlich auch öffentlich für jeden sichtbar, wo ich mich einfach fragen muss, wieso das so wirkt. Und da könnt ihr mir gerne euren Input geben, weil ich persönlich bin absolut hundertprozentig fest der Meinung, dass ich so neutral Marken gegenüber bin, wie ich sein könnte. Und das ist natürlich immer Ansichtssache, aber ich möchte auch eines klarstellen. Ich habe absolut kein Problem damit, ein Gerät, das ich super finde, auch so zu bewerten, also wirklich super und zu hypen, dass eben manche vielleicht denken, das ist bezahlt oder das ist irgendwie nicht ganz korrekt. Und das Gleiche habe ich allerdings auch bei schlechten Produkten. Wenn ich was nicht gut finde, dann sieht man das, dann gibt es eine Grundnegativität, dann kann ich es nicht empfehlen. Und wenn es dann als Schlussfolgerung dazu führt, dass ich von der Marke nichts mehr komme, dann bin ich mir der Sache vollends bewusst. Und es ist aber auch so, wenn ich ein Produkt nicht gut finde und die Marke mir deswegen nichts mehr schicken will, dann will ich auch gar nichts mehr von der Marke. Also mit so Marken will ich dann nicht zusammenarbeiten. Beeinflussen lassen mich auch nicht und so weiter. Und das ist ein Thema, das müsste ich eigentlich nicht erklären. Aber ich möchte einfach mal so für euch so das darstellen, damit ihr mal seht, was so hinter den Kulissen bei manchen YouTubern vielleicht abläuft. Wahrscheinlich reagiert keiner so wie ich, weil ich fühle mich teilweise, wenn ich schon, was eigentlich nicht passiert, aber wenn ich manipuliert wollen würde, fühle ich mich angegriffen oder wenn manche mir das vorwerfen. Also wenn mir einer vorwirft, dass ich eine Marke schlecht rede, weil der Test nicht positiv war, dass ich eine Marke gut rede oder so weiter, was ich absolut nicht so sehe, dann fühle ich mich extrem angegriffen. Und das machen ja normal eher schuldige Leute, aber einfach aus dem Grund, weil ich persönlich extrem was dagegen habe. Denn ich habe meinen YouTube-Kanal deswegen gegründet damals, weil ich so viele Tests gesehen habe, die alles zuckersüß reden, alles gut reden und ich im Prinzip genau das verhindern wollte, dass die Leute eben meine Meinung hören. Und das ist eben jetzt das. Ich sage nicht, dass meine Meinung 100% korrekt ist. Auch ich erzähle manchmal was Falsches, aber es ist immer genau das, was ich meine. Es ist immer genau das, was ich empfinde. Und das tue ich nicht irgendwie durch den Filter laufen lassen. Und zum Beispiel gerade auch bei Marken, ich teste keine Marken, ich teste Produkte. Ich teste zum Beispiel ein Produkt A und ein Produkt B von der gleichen Marke. Produkt A hat mir super gefallen, gibt es einen positiven Test. Produkt B hat mir nicht gefallen, dann gibt es einen schlechten Test. Und wenn es eben schlecht war, einen richtig schlechten Test. Aber beim nächsten Mal bei der Marke sind die Karten wieder neu gemischt, dann gibt es ein Reset. Und nur weil jetzt eine Marke einmal schlecht abgeschnitten hat, denke ich nicht generell schlechter von ihr. Nur wenn eine Marke sehr gut abgeschnitten hat, denke ich nicht generell besser von ihr. Wenn jetzt natürlich eine Marke eine konstant super Leistung bietet und eben immer gut ist, dann ist es tendenziell einfach höher von der Annehmbarkeit, kein gescheites Wort, aber egal, dass die gut sind. Aber auch die können mal Mist bauen, denn es hat keine Marke eine 100% Trefferquote. Jede Marke, auch wenn sie, sagen wir mal, 90 Top-Produkte rausbringt, kann beim 91. Mal Scheiße bauen. Und wenn das dann passiert, dann werde ich nicht, weil 90 gute Tests davor waren, hier sagen, okay, aber sonst sind die gut, deswegen bin ich mal ein bisschen softer. Jeder kriegt bei jedem Mal die gleichen Chancen. Okay, ich lese jetzt den Kommentar vor und werde allerdings, also ein paar Kommentare und werde dazu noch zwischendurch meine Meinung sein. Lese allerdings auch meine Kommentare so vor, wie ich sie geschrieben habe, was mir gerade ein bisschen schwerer fällt bei der kleinen Schrift, das Vorlesen. Nur damit da irgendwie nicht reininterpretiert wird, dass ich jetzt was anderes sage wie vorher. Okay, kommen wir zum ersten Kommentar. Da geht es um eben diesen Teufel-Definient-Test, den Dreier, bei dem das Produkt eben nicht gut abgeschnitten hat. Das heißt allerdings nicht, dass ich deswegen allgemein schlecht über Teufel rede. Es ist halt so, die letzten paar Teufel-Produkte oder auch das, was ich sehen konnte, haben mir nicht ganz so gut gefallen. Deswegen habe ich einfach momentan wenig Interesse daran, weiterhin anderes von denen zu testen. Und das wird vielleicht ein bisschen zu hart aufgenommen, aber das ist einfach so, wie ich das sehe. Und das ist eben das, ich filter nicht. Und deswegen sage ich manchmal Sachen, die sich zu heftig anhören, die ich auch nicht direkt manchmal unbedingt so sagen würde, wenn ich vielleicht ein bisschen, ja, wie nennt man das immer, ja, fällt mir jetzt das Wort nicht ein. Aber wenn ich das irgendwie ein bisschen neutraler sagen wollen würde. Aber diesen Filter habe ich einfach manchmal nicht. Okay, kommen wir dazu jetzt. Naja, ziemlich ernüchternd, dein Test, auch wenn man beachten muss, dass alles subjektiv im Bereich Lautsprecher ist. Das ist auch so eine Sache. Das habe ich schon durchgelegt generell in der Vergangenheit gemerkt. Wenn ich etwas Schlechtes sage und einer nicht der Meinung ist, dann wird gerade im Audiobereich immer Subjektivität erwähnt. Und natürlich Lautsprecher, Audio und so weiter ist eine subjektive Sache. Wobei Hören nicht unbedingt subjektiv sind. Das sagt er zwar nicht, aber ich habe in der Vergangenheit schon oft welche gehört, die sagen, ja, jeder hört ja anders. Nein. Ein hoher Ton ist für jeden ein hoher Ton, ein tiefer Ton ist für jeden ein tiefer Ton. Und die Frequenzen, auch wenn man nicht vielleicht alle hört, hört jeder im Prinzip so, wie sie sind. Es ist jetzt nicht so, wenn einer einen 5000 Herzton hört, dass er einen 200 Euro Herz hört, irgendjemand anders. Also so ist es nicht. Aber gerade wenn nicht einer einer Meinung ist, dann kommt Subjektivität ins Spiel. Wenn ich allerdings jetzt was positiv bewerte und derjenige ist der gleichen Meinung, dann wird Subjektivität nie erwähnt. Und es ist zum Beispiel was anderes, wenn ich sage, der Lautsprecher hat wenig Höhen. Oder wenn ich sage, der Lautsprecher hat mir nicht genug Höhen. Denn hat wenig Höhen ist ein Fakt. Also wenn es in dem Fall so ist, hat mir nicht genug Höhen. Das ist subjektiv. Allerdings sage ich meistens eben, der hat wenig Höhen. Und dann sage ich, mag ich oder mag ich nicht. Also ihr kriegt den Objektiven plus den subjektiven Part. Und die meisten können das eben nicht unbedingt immer auseinanderhalten. Gerade wenn die Meinung denen nicht passt. Okay, weiter geht's. Schade finde ich, dass du eine gewisse Grundnegativität während des Videos gegen Teufel entwickelt hast. Die Definien gefallen mir optisch ganz gut. Also nicht mein Fall. Ein Test der 4 oder 5 wäre allerdings von Interesse. Habe ich jetzt ein bisschen anders vorgelesen, weil ich es einfach nicht immer ganz hinbekomme. Aber ja, ihr könnt es ja nachgucken, wenn ihr wollten würdet. Was keiner will wahrscheinlich. Vor allem dein Test der Ultima vor 10 Monaten hat mir da besser gefallen. Was mir im Moment auffällt, ist der Pro-Nubert-Trend. Und so, jetzt war meine Antwort. Eigentlich wollte ich das immer zwischendurch sagen. Aber ich glaube, ich lasse es einfach so, dass ich nicht alles doppelt erzähle. So, meine Antwort. Du interpretierst hier ganz klar zu viel rein. Wenn es durchgehend negativ wirkt, dann ist es deswegen, weil ich das so empfunden habe. Das ist der Grund. Nicht irgendwas anderes. Und deswegen lasse ich es negativ aussehen. Also, was das heißen soll, ist, dass der Test negativer wirkte, weil mir das Produkt nicht gefallen hat. Und das spürt man dann in dem Test. Es liegt allerdings nicht daran, dass ich was gegen die Marke habe oder generell die schlecht aussehen lassen will und deswegen die Negativität reinsprühen lasse. So, warum wirkt der Ultima-Test positiver? Ganz leicht, weil das Produkt gut war. Warum wirken die Nubat-Tests positiv? Weil es gute Produkte waren. Es ist nicht so, als ob ich generell Teufel schlecht aussehen lassen will und Nubat gut. Zumal die beiden Marken sowieso nicht direkt miteinander konkurrieren. Also, ich denke mal, die Käufer schickt schon gut anders. So, was du als Trend sehen willst, ist einfach nur eine konstant gute Leistung. Daher konstant gute Tests. Ich glaube, ich kann hier danach verziehen. Wobei, mit gut eben positiv gemeint ist in diesem Sinn. Beide Marken haben die gleichen Voraussetzungen. Ich kriege von denen Leihgeräte und mache meinen Test. Ich kriege weder von einer Marke noch von der anderen irgendwas in jeglicher Form. Wenn es so wäre, wie du ganz klar andeuten willst. Und da kommt immer so dieses bisschen Angegriffene von mir raus. Aber er hat es noch vernünftig verstanden. Manche reagieren dann ein bisschen angepisster und dann reagiere ich noch angepisster. Aber das Ganze ist ja sauber ausgegangen. Okay. Dann würde es mehr Sinn machen, Teufel gut zu reden. Denn die haben ein Affiliate-Programm, bei dem ich was verdienen könnte. Das könnte Anreiz sein, etwas besser aussehen zu lassen, als es ist. Ich nutze aber hier kein Affiliate. Andere YouTuber machen hunderte, wenn nicht tausende Euro im Monat. Die Zahlen kenne ich einfach so. Da überlegt man sich eher mal, was Schlechtes unter den Tisch fallen zu lassen. Ich will jetzt allerdings auch nicht sagen, dass da irgendwie eine Beeinflussung seit dem Teufels oder anderen Marken da ist. Damit hat die Sache gar nichts zu tun. Weil ich höre auch viel zu oft, dass manche jetzt bei anderen Testern, habe ich es letztens erst mal wieder gesehen, dass es heißt, ja, der Test ist gekauft und so weiter. Also ich sage es euch so aus Erfahrung aus knapp sieben Jahren YouTube, 99,9% der Marken oder auch der Presseagenturen wollen euch nicht beeinflussen. Das ist einfach so nicht der Fall. Weil oft ist es, glaube ich, eher der YouTuber selbst, der da ein bisschen schwach ist. Der denkt sich halt von sich aus selber. Und dazu komme ich später noch in dem nächsten Kommentar, den ich lese von einer anderen Person, der mich extrem geschockt hat. Dass die dann sagen, ich bin lieber ein bisschen positiv oder lasse ein paar schlechte Dinge wegfallen, weil es dann auf Dauer für mich besser enden könnte. Weil positive Tests kommen gut an, positive Tests verkaufen mehr Geräte. Und wenn ich eben nicht so positive Tests mache, kriege ich auch keine Testgeräte mehr. Ich persönlich bin mir der Konsequenzen absolut sicher. Also wenn ich was von einer Marke schlecht rede und die mir dann nichts mehr schicken will, dann will ich auch gar nichts mehr von denen. Also so sehe ich das einfach, weil dann ist eben schon diese Grenze, diese Hemmschwelle, dass da irgendwas da objektiv zwischen beiden Parteien ist, meiner Meinung nach sowieso schon hinüber. Denn die müssen mein Urteil, wenn es, natürlich können sie auch sagen, mir gefallen einfach die negativen Tests nicht. Das ist was anderes. Aber wie gesagt, dann scherzt mich auch nicht, wenn sie mir nichts mehr schicken. So, weiter geht's. Und jetzt kommt mir mein Angriff ein bisschen so zurück. Du klingst wie ein Teufelfan, der es einfach nicht mag, wenn man was Schlechtes sagt. Sowas finde ich traurig. Warum nicht einfach meine Meinung so akzeptieren, wie das ist, ohne verschleierte Vorwürfe. Mein Test ist jetzt ernüchternd, weil dir das Urteil nicht gefällt. Der Ultima-Test war gut, weil dir das Fazit recht war. Alles klar. Sehr objektiv. Aber lieber das Ganze dann einfach unter subjektiv abstempeln, damit man sich das gut reden kann. Hätte ich mehr Zugriff auf andere Marken, würde ich auch das nutzen. So muss man halt erstmal nehmen, was geht. Und wenn die Lautsprecher, also auf die ich Zugriff hätte, nicht überzeugen wären, würde ich das sicher auch nicht tun. Also das soll jetzt zum Beispiel gerade auf Nubat bezogen sein. Ich teste gerade extrem viel von denen, weil ich extrem locker an denen ihre Produkte rankomme. Wären die Produkte allerdings nichts. Und würden die mich nicht selbst reizen, würde ich mir bestimmt nicht die Mühe machen, jedes Mal so 30 Kilo Klopper auszupacken. Mein ganzes Wohnzimmer mit gerade momentan 8 Boxen und so weiter vollzustellen und das wieder einzupacken, wieder wegzuschicken, wo ich Probleme habe mit den ganzen Speditionen, weil ich zu der Zeit bei der Arbeit bin und so weiter. Also das ist so viel extra Aufwand, dass ich mir das nicht machen würde, wenn die Dinger mich nicht reizen. Weil die Dinger reizen mich gerade einfach, weil ich sehen muss oder sehen will, welcher ist in welcher Klasse wo. Und wenn ich natürlich Zugriff hätte auf andere Marken, dann würde ich das auch nutzen. Also demnächst kommt zum Beispiel auch was von Pogue. Wenn ich jetzt demnächst noch andere Marken anschreibe, hoffe ich mal, dass die noch was von anderen bekommen. Aber solange das so ist, teste ich Nubert. Und wenn die Produkte jetzt alle sehr gut sind, dann kriegen die auch positive Tests. Das heißt jetzt aber nicht, dass, weil ich von den Produkten kriege, die Tests positiv ausfallen. Wie schon gesagt, das hat mit dem Thema konstante Leistung zu tun. Okay, seine Antwort war, und da bin ich eigentlich froh darüber, dass er das weniger als Angriff gesehen hat, als es von mir eigentlich teilweise aussehen hätte können. Okay, danke für die ausführliche Darstellung deines Standpunktes. Und ja, ich habe vermutlich zu viel hier rein interpretiert, da der Gedanke der besseren Konditionen bei Nubert durchaus vorhanden war. Also das zeigt, dass ich ja nicht komplett falsch lag. Aber wenn es ums Thema Konditionen geht, sage ich einfach so. Von Nubert, wie auch von Teufel, kriege ich in beiden Fällen Testprodukte. Also die Leitzeit ist jetzt eigentlich bei Lautsprechern relativ weit offen, weil Test bei mir gerade bei Lautsprechern ein bisschen länger dauert. Weil wenn es um so teure Produkte geht, da will ich definitiv sicher sein, dass ich alles so gut wie möglich weiß und auch normalen Alltagsfeeling habe und so weiter. Aber auch gerade zu dem Thema, wenn es um Konditionen geht, dann wären die eigentlich bei Teufel besser. Weil bei Teufel, und das ist so eine Sache, das hat jetzt nichts mit Marken irgendwie einen besser behandeln zu tun oder so. Aber viele Marken, einfach gerade für YouTube und so oder auch für Blog und so, bieten Presserabatte an. Und das sind für jeden die gleiche. Also eventuell gibt es ja vielleicht ein bisschen Spielraum. Aber Presserabatte bietet eigentlich fast jeder, also nicht jede Marke an. Und bei Nubert weiß ich ganz genau, da gibt es nicht viel, weil die haben ja damals schon gesagt, als ich das erste Mal überhaupt bei denen vor Ort war und angefragt habe nach Testprodukten und so weiter, hieß es halt, ja die kann man ein halbes Jahr behalten oder wenn es sein muss auch mal ein Jahr, was ich fast sogar mal ausgenutzt habe, aber wir können halt nichts verschenken. Und das hat allerdings zwei Gründe. Erstens sind die Testprodukte, also gerade bei Lautsprechern im hunderte, tausende Euro Bereich teuer und das hole ich für die definitiv nicht mit Geld zurück mit meinen Tests. Und das könnten sie sich auf Dauer gerade bei den vielen Testern bei Lautsprechern definitiv auch die Menge nicht essen. Aber sie haben auch selber direkt mir so gesagt, sie wollen keinen beeinflussen. Denn in dem Sinne, wenn es was umsonst gibt, ist es oft so, gerade bei den kleinen YouTubern, gerade welche, die jetzt weniger, ich will nicht sagen, dass ich irgendwie viel Moral habe oder einfach die, die sich da, die da einfach keine Bindung haben zu Marken. Also mir ist die Marke egal, wenn die mich besser behandeln oder schlechter. Dafür gibt es keine bessere Handlung oder schlechtere meinerseits. Aber es ist dann leichter vielleicht, wenn man weiß, man kann das Produkt behalten, was gut ist zu sagen. Ich will jetzt keinem was vorwerfen, aber mach ich. Wo ging es weiter? Ja, also und bei Teufel sind die Konditionen also in dem Sinne besser. Also da würde ich einen besseren Presserabatt kriegen. Wobei ich nicht mal weiß, was der bei Nubat wäre, aber es hieß, der wäre im sehr niedrigen Bereich. So. So. In den Punktenpreispolitik sowie Befestigung der Füße stimme ich dir voll und ganz zu. Ich bin selbst gerade am überlegen, mein bestehendes Setup auszutauschen. Und ja, ich habe zur Zeit die Teufel Vierter 500 in der Auswahl zusammen mit den New Line 244 und 246 als Hauptlautsprecher. Die Entscheidung, ob sich der Mehrpreis für mich lohnt, wird vermutlich ein Hörtest ausmachen. Und da ist jetzt meine Antwort zu gewesen, was heißt schon Konditionen? Alles sind nur Leier. Falls ich was kaufen will, kriege ich, wenn überhaupt, einen Presserabatt wie jeder andere. Dieser wäre nur zur Info bei Teufel um einiges größer als bei Nubat. Da man bei Nubat direkt, sage ich das, nichts verschenken kann. Also im Prinzip sage ich da das Gleiche. Habe ich jetzt vergessen, sonst hätte ich es einfach vorgegeben. Bei mir wirkt das alles nichts, da mich Marken an sich nicht direkt interessieren. Ich verstehe sowieso nicht, wieso man ein Produkt nicht positiv und eines negativ bewerten könnte oder können sollte. Ich teste schließlich einzelne Produkte und nicht die Marke. Wenn ich eins super bewerte, heißt das nicht, dass ich von der Marke jetzt weniger halte. Wenn ich es schlecht bewerte, gut, blablabla. Also ihr versteht, was ich meine. Viele sehen nur die Marke und schließen direkt auf das Produkt zurück und das ist falsch. Klar, blablabla. Also ich habe es einfach zu stark wiederholt, deswegen habe ich es jetzt einfach mal weggelassen. Und das ist einfach der Punkt. Und das Gleiche ist so auch zum Beispiel bei Biodynamic und Sennheiser der Fall. Also letztens hat mir einer gemeint, das war allerdings das. Er hat einen Test gesehen, wo eben ein Biodynamic im Test war, im Vergleich, 300 Euro Sennheiser Kopfhörer, der MMX 300, gegen zum Beispiel die Sennheiser GSP 300, die 80 Euro kosten. Und das war damals ein Vergleich wegen verschiedener Headsets. Und ich habe direkt schon gesagt, es ist klar, dass der MMX besser abschneidet als ein GSP. Aber die sind auch nicht als direkter Vergleich zu sehen, sondern damit man einfach sieht, wie viel mehr man eventuell bei dem einen gegenüber dem anderen kriegt. Und Preis-Leistung ist ja dann eine andere Sache. Und da meinte er, ja, das ist nicht fair, die gegeneinander zu testen. Klar gewinnt der MMX. Und ja, genau. Das habe ich aber auch so gesagt. Und deswegen findet er es unfair, der GSP ist schlecht, also dass der schlecht abschneidet. Aber weil er schlecht abschneidet, heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Dafür hat er ja auch einen ganz anderen Preis, dort ja ein ganz anderes Preis-Leistungsverhältnis. Und zu dem Thema irgendwie Biodynamic-Fanboys. Es gibt Produkte, die ich von Biodynamic mag und nicht. Zum Beispiel die 1990, 1770 Pro sind einfach nicht mein Ding. Tests waren objektiv. Ich habe denen das gut gesprochen, was ich möchte. Aber wenn mich einer fragt, in den Kommentaren und so weiter, sage ich immer, dass ich die Dinger nicht so persönlich leiden kann. Ich sehe zwar die Vorteile von denen, aber ich persönlich kann mit denen nichts anfangen. Genauso wie auch bei eben anderen Biodynamic-Geräten, die mir sehr gut gefallen. Aber das heißt nicht, dass ich pro Biodynamic bin, weil ich persönlich von manchen Produkten dort auch gar nichts halte. Von manchen halt ja. Und das ist auch bei Sennheiser so, das ist bei anderen Marken so. Also das muss man immer so ein bisschen in Relation sehen. Aber dafür ist es eben auch nötig, den Kanal ein bisschen besser zu kennen. Weil manche urteilen eben, gerade wie er schon, nach einem Video. Aber ich habe 6, 7 Sennheiser-Sachen getestet, 6, 7 Biodynamic-Sachen. Und nicht jedes Mal schlech, natürlich, oder schneidet Sennheiser schlecht ab und Biodynamic gut. Da ist ein Mix dabei. Weil einfach jeder auch einen Mix an guten und schlechten Geräten an. Das ist so easy, wie es ist. Aber jetzt möchte ich zu dem Kommentar kommen, der von mich der eigentlich schockierende Part ist. Und der hat mich eigentlich am Ende des Tages wirklich dazu gebracht, hier dieses Video zu machen. Denn ich wollte auf ein paar Dinge eben eingehen, wenn ich eben gerade schon die Möglichkeit habe. Wie zum Beispiel auch, dass der Kanal, ja, ich denke mal, Richtung dem Ende hinzuläuft. Einfach, weil es einfach so ist. Das habt ihr wahrscheinlich mittlerweile gemerkt. Die Views sind sehr, sehr schlecht. Und mir macht das Testen natürlich sehr viel Spaß. Aber YouTube ist für mich eben nicht nur das Testen. Also ein Prozentteil. Und ich will jetzt da keine Nummer draufhauen. Also 20, 30 Prozent. Aber ein gewisser Anteil ist für mich auch eben, weil es ein Hobby ist, wo ich sehen will, dass da was passiert. Und ich sehe, dass die Zahlen fallen. Und ich sehe, dass das Interesse fällt. Ich bekomme keine Kommentare mehr und so weiter. Und das ist jetzt nicht nur für mich demotivierend, sondern eben auch einfach ein Zeichen, dass das, was ich mache, nicht gut ankommt. Und das ist eben auch für viele Marken ein Zeichen, dass es sich nicht lohnt, für die mir Testgeräte zu schicken. Und das Problem für mich ist nicht, dass ich jetzt denke daran, YouTube aufzuhören, weil mich das demotiviert, weil ich einfach keine Lust mehr habe, sondern einfach, weil ich früher oder später ein bisschen in ein Dilemma reinkomme. Und das hat eben damit zu tun, dass man sich der Konsequenzen bewusst ist oder nicht, dass man eben keinen Zugriff mehr kriegt. Da hat der nächste Kommentar so in ein paar Bereichen schon durchaus Sinn. Aber meine Antwort ist, glaube ich, verständlich, weil für mich ist es das wert. Also wenn ich teilweise schlechtere Tests mache, also ich meine jetzt nicht so positive Tests in dem Sinne, und dadurch den Zugriff verliere, dann bin ich mit der Konsequenz bereit, also bewusst und habe dann den Zugriff nicht mehr. Aber nur um den Zugriff zu bewahren, werde ich jetzt nicht Dinge auf einmal besser reden. Das macht für mich einfach so keinen Sinn. Und deswegen, also es gibt so viele Produkte und das ist eben auch eine Sache. Natürlich, ich habe noch auf die Handys, dank Cyberport Zugriff, auf die Importe, dank Trading Shenzhen und so weiter und so fort. Aber das habe ich ja schon gehabt, das Thema Handys interessieren mich gerade nicht. Und im Budget-Bereich, im Gaming-Bereich, könnte ich noch ein paar andere Dinge testen, aber das ist auch gerade etwas, was mich momentan nicht interessiert. Und ich habe dieses Jahr gesagt, ich teste nur Dinge, auf die ich Spaß habe. Oder wenn sich irgendwann vielleicht was Interessantes, was Neues ergibt. Aber auf die Produkte, an denen ich interessiert bin, habe ich meistens eben keinen Zugriff. Das ist eben das Dilemma. Und deswegen wird es halt gezwungenermaßen, früher oder später einfach mal auslaufen, dass es Richtung Ende des Kanals zugeht. Aber kommen wir jetzt zu dem Kommentar, der mich echt ein bisschen geschockt hat. Auch der hat mit dem Teufel zu tun. Allerdings geht der komplett in die andere Richtung, wo ich... Ja, okay, ich lese einfach mal vor. Hallo Damir, hat dir Teufel dieses Paar zur Verfügung gestellt? Ja, Testgerät, also Leier. So, im Fazit beschreibst du den Lautsprecher als nicht empfehlenswert. Jetzt schickt dir Teufel bestimmt keine Lautsprecher mehr. Das Thema hatten wir ja schon. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber das ist bei Teufel, glaube ich, nicht wirklich der Fall. Ich meine, etwas mehr Diplomatie tut dir gut. Das Wort habe ich vorhin gemeint, die Diplomatie. Das ist etwas, was ich nicht gutheißen will beim Testen. Wenn du noch weitere Lautsprecher von Teufel testen möchtest, was ich dir wünschen würde, du kannst gerne Einschränkungen machen, darfst den Hersteller aber nicht ganz so... nicht... doch nicht ganz so schlecht reden. Warum nicht? Ich habe nicht den Hersteller schlecht geredet. Und das ist eben wieder der Unterschied. Ich habe nicht den Hersteller schlecht geredet, sondern das Produkt. Und ich habe das Produkt nicht schlecht geredet. Ich habe es einfach nicht gut bewertet. Oder von mir aus auch schlecht bewertet. Aber ich habe es nicht gut geredet. Nicht schlecht geredet. Schlecht reden wäre, wenn ich gesagt hätte, das ist scheiße. Das ist allgemein. Es war kein positives Ding. Also gibt es keinen positiven Test. Und das wird bei mir teilweise eben generell negativer. Dann ist kein Hersteller mehr interessiert, dir noch was zukommen zu lassen. Bin ich mir bewusst. Von Nubat hast du auch mehrere Lautsprecher bewertet, immer mit gutem Ergebnis. Als gute Produkte waren. Also wenn dir ein Hersteller schon was zur Verfügung stellte, dann muss das Gesamtfazit positive ausfallen. Warum? Warum? Und das ist eben das Problem, das ich bei vielen YouTubern habe. Es gibt viele eben freie YouTuber, die sich die Sachen selber besorgen. Und die betonen immer wieder, ich habe mir das Ding selber gekauft, ich habe meine eigene Meinung. Und ich kann es nachvollziehen. Denn viele denken jetzt im Gegenschluss, wenn man etwas gestellt bekommt, wie er es auch hier sagt, dann muss das Gesamtfazit positive ausfallen. Aber ihr kennt meine Tests, also gerade auch die Negatierung schon seit längerer Zeit. Und 90% aller meiner Geräte sind Testleier. Oder eben auch sogar Dinge, die man behalten kann. Aber deswegen war es gut zu reden. Sorry. Ne. So funktioniert das nicht. Also nicht bei mir. Du kannst ja Einschränkungen machen, der Hersteller muss aber sein Gesicht wahren können. Also wenn er richtig Scheiße baut, dass er sein Gesicht nicht mehr wahren könnte und ich das so sage, dann wäre das was anderes. Aber erstens glaube ich nicht, dass ein Test meinerseits irgendwas damit zu tun hat, dass er sein Gesicht nicht wahren kann. Ne, glaube ich nicht. Dass meine Meinung da so einen Einfluss hätte. Sonst hätte ich mehr Zugriff auf anderes. Wobei, vielleicht hat er gerade gar nicht. Aber, dass ich Einschränkungen machen muss, nur damit er mit einem schlechten Produkt nicht schlecht dasteht. Okay, meine Antwort. Wow. So einen komischen Kommentar habe ich noch nie bekommen. Verlangst du von mir wirklich positiver zu sein, nur damit ich weiterhin Testgeräte bekomme? Wie viel Sinn macht ein Test, wenn man sich zurückhalten muss, weil man die Konsequenzen fürchtet? Und selbst wenn ein Hersteller sich dafür entscheidet, einem nichts mehr zu schicken, dann ist es halt so. Jeder Tester muss das für sich selbst entscheiden. Meine Wahl steht fest. Wenn es so wäre, will ich nichts mehr von denen. Es gibt genug, die aus Angst alles gut reden. Aber von einem Zuschauer sowas zu hören, schockt mich sehr. Das klingt, als ob es dir recht wäre, wenn ich Sachen gut rede oder nicht erwähne, die nicht gut sind. Das wäre nicht nur eine Art Lügen und falsch gegenüber dem Zuschauer, sondern einfach falsch im Generellen. Das ist für mich absolut keine Option. Caps. Und für mich, der Grund, wieso ich YouTube begonnen habe, war genau wegen Leuten, die alles gut reden und schlecht beraten. Ist ganz einfach. Ich habe immer die totale Pro-Sumer, also die Pro-Consumer-Seite. Mir steht in erster Linie immer, ich sage mal, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das Wohl oder die richtige Entscheidung des Zuschauers im Auge. Natürlich ist das eben meine Meinung. Wenn ich was super finde, dann sage ich das. Und es ist bei mir einfach so, da es hier einfach um Geld geht, und ich weiß, wie hart manche Leute Geld verdienen. Das heißt jetzt nicht, dass ich es easy verdiene, aber ich gehe es aber von anderen aus, die ist wahrscheinlich noch deutlich schwerer, wie ich verdiene. Da will ich einfach nicht, dass dieses hart erarbeitete Geld nicht bestmöglich oder sagen wir mal kritisch möglich, also empfohlen und bewertet wurde. Denn lieber bin ich ein bisschen härter und bewahre einem eben einen Fehlkauf vor, auch wenn er eventuell mit dem Produkt zufrieden wäre. Aber ich möchte nicht derjenige sein, der schuld ist, wenn er sich so ein schlechtes Produkt kauft. Aber auf der anderen Seite, wenn ich von was völlig überzeugt bin, dann sage ich das auch so. Natürlich gibt es auch Leute, die haben ein Produkt gekauft, von dem ich völlig überzeugt war, waren nicht zufrieden. Subjektivität. Nicht alles, was ich gut finde, findet jeder andere es gut. Und nicht alles, was ich schlecht finde, findet jeder andere schlecht. Aber es ist ja auch nicht so, dass einer meinen Test ansieht und sich das Produkt dann kauft oder nicht. Das sagen mir genug andere, das weißt ihr auch selbst, ihr macht das wahrscheinlich auch selbst. Jeder guckt sich mehrere Tests an. Und wenn ich dann eben immer, was meistens so ist, eben der negative Faktor bin, also wenn zum Beispiel 10 Tester da sind, 9 Tests sind neutral, positiv, und ich bin das Schlechtere, dann ist es zumindest legit genug, dass ihr eben all das Gute wisst und eben zumindest eine Stimme habt, die euch vielleicht ein paar Dinge sagt, die euch die anderen nicht sagen, was vielleicht auf euch nicht mal irgendwie Bezug ist, aber dass ihr zumindest euch dessen bewusst seid. Was ihr da mit den Informationen macht, ist immer eure Sache. Und ich mache das halt immer zu sehr aus meiner Sicht aus. Also wenn ich was nicht gut finde, dann will ich im Prinzip, das hört sich meistens leider immer so an, dass ihr das auch nicht gut findet. Das ist nicht unbedingt gewollt von mir, aber es ist einfach so. Einfach, weil ich denke, das ist nicht gut. Und wenn es dann jemand anders gut findet, dann denke ich mir, das ist aber nicht gut. Und teilweise habe ich da in der Vergangenheit schon meine Meinung so ein bisschen aufgedrückt, denen das schlechter reden wollen, aber ich versuche es in letzter Zeit neutral zu halten, denn ich will keinem seine Meinung verbiegen, aber genauso hätte ich es halt von eurer Seite auch so gerne, dass ihr meine versucht nicht zu verbiegen. Also wenn ich ein bestimmtes Produkt nicht gut finde, ihr mögt es aber, dann heißt das nicht, dass ich euch das Produkt schlecht reden will und dass ihr es nicht irgendwie noch mögen solltet. Denn warum gucken sich so viele Tests an, nachdem sie das Gerät gekauft haben? Das ist so ein Thema, das ich auch schon mit vielen anderen YouTubern hatte. Das ist das leidige Thema einfach, dass jeder irgendwie eine Bestätigung braucht für sein Produkt. Ich persönlich mache das eigentlich nie. Wenn ich etwas will, dann schaue ich mir Tests im Vorfeld an und sobald ich es habe, sobald ich es selbst genutzt habe, dann juckt mich jede andere Meinung nicht. Weil zum Beispiel auch bei Produkten, die ich selbst benutze, ich bin mir der Nachteile voll und ganz bewusst. Und selbst wenn ich mir mancher nicht bewusst wäre und einer sagt dem mir, okay, aber wenn die mich nicht tangieren, wenn die mich nicht stören, wenn mir das Gerät dadurch noch genauso gut gefällt, wo ist das Problem? Aber das ist so eine Sache, weil, ich weiß nicht, irgendwie scheint es für viele ein Problem zu sein, dass wenn einer sagt, das Ding ist schlecht, aber man findet es gut, dann heißt das irgendwie so, der will mir das Ding schlecht reden. Was ich nicht will, nicht im Test direkt. Im Test sage ich, was ich meine und wenn ihr dann das Fazit nicht mögt, kann ich nichts für. Das Video ist allerdings jetzt schon sehr, sehr lang. Also ich habe eigentlich die Hauptthemen durch. Ich wollte, wie schon gesagt, auf die Kommentare eingehen, auf die ganze Sache mit der Neutralität und jetzt können wir zum Beispiel mal kurz auf das Thema zu sprechen kommen. Neutralität, Objektivität. Ich bin nicht 100% objektiv. Das ist kein Mensch. Dazu braucht es dann und selbst dann ist es nicht 100%. Zum Beispiel aber, wenn es jetzt eine Redaktion gibt mit fünf Leuten, einer testet das Produkt, die fünf anderen gucken es sich mal kurz an und wenn er bestimmte extreme Dinge hatte, die scheiße sind oder extrem gut sind, dann können die das noch teilweise ein bisschen abglätten. Habe ich nicht, da ich nur meine Meinung habe, weil ich nur hier alleine bin. Deswegen gibt es dieses teilweise neutral nicht mehr. Aber ich werde jetzt nicht dadurch versuchen, vorab schon, das vielleicht weglassen, das vielleicht weglassen. Ne. Weil wenn ich es denke, wenn ich es für so halte, dann sage ich das auch. Manchmal sage ich zu viel, manchmal urteile ich zu hart, manchmal urteile ich über Kleinigkeiten, aber ja, das sind einfach Dinge, die ich so wahrnehme. Und ja, und ich sehe das halt oft genug bei anderen Tests, wo ich einfach, wo ich so oft als YouTuber, also nicht als Zuschauer, sondern als YouTuber, so zwischen den Worten raushöre, dass einem das Produkt nicht so gefällt, aber mir eben vorstellen kann, warum das weggelassen wurde. Natürlich gibt es aber auch Tester, die sind einfach nicht generell so kritisch. Ich bin ein kritischer Mensch, ich finde Sachen einfach, wenn mich was stört, dann stört es mich extrem, dann will ich das extrem im Fokus haben. Viele allerdings sehen das erst gar nicht so kritisch oder meinen, es ist nicht wert, so krass erwähnt zu werden. Und dann heißt es zum Beispiel bei bestimmten Produkten das und das, das ist nicht so gut. Also das ist so, eher so nebenbei mal kurz erwähnt. Oder, ah, das ist nicht so gut, aber so schlimm ist es ja nicht. Und ich sage halt eben, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Weil ich das einfach so sehe, weil wenn es mich persönlich stört, es gibt doch schon, natürlich gibt es auch ein paar Sachen, wo ich halt sehe, oh, das ist nicht gut. Aber es ist was, was mich nicht stört, dann sage ich, oh, das ist nicht gut. Mich persönlich stört es jetzt nicht. Heißt jetzt aber nicht, dass ich sage, das ist nicht gut, aber ignoriert es. Weil nur, weil ich es nicht als Problem sehe, heißt es nicht, dass es nicht für euch ein Problem ist. Und ihr solltet es zumindest wissen. Und das ist eben dieses Ganze, dieses Gutreden und so weiter. Also es gibt Tester, und ich will da jetzt keinen angreifen, weil ich auch keinen speziellen meine, aber die sind halt oberflächlicher, die sind positiver, die lassen Schlechteres wegfallen, aus verschiedenen Gründen. Wie schon gesagt, einfach weil sie selbst nicht so kritisch sind, weil sie viele Dinge nicht so ernst nehmen, aber dann sehe ich auch wieder so ein bisschen diese schlechte Seite der Medaille in Form von, dass eben gerade größere YouTuber und die tendieren eben eher sowas zu machen, wobei auch die ganz Kleinen, also ich glaube, so in der Mitte, die sind die neutraleren, denn die ganz Kleinen, wenn sie was bekommen, sind extrem dankbar, dass sie was bekommen. Und deswegen haben sie Angst, was Falsches zu sagen, weil sie dann nichts mehr bekommen. Und bei den Guten ist es halt so, die sind auch aus dem Grund teilweise auch groß geworden, denn je positiver ein Test ausfällt, das kann ich aus Vergangenheit sagen, einfach wenn es ein gutes Produkt war, desto mehr Views bekommt man, desto mehr Likes bekommt man, desto mehr positive Kommentare bekommt man. Und wenn man jetzt eben gerade gegen den Strom schwimmt und ein Produkt, das gut oder neutral bewertet wird und man selbst schlechter dasteht, dann kriegt man schlechtere Kommentare, dann kriegt man mehr Dislikes und so weiter und so fort. Oder gerade wenn es ein sehr populäres Produkt ist und man was nicht so Gutes sagt. Thema Sony, Huawei, iPhone, wobei da waren die Tests nicht so negativ oder auch andere Marken, also sehr, sehr populäre Marken, wo ein bestimmtes Produkt und ich sage jetzt aber, ein Produkt nicht gut war und das dann eben so gesagt wurde. Aber ja, das war das Thema, das wollte ich einfach mal so loswerden. Hat sich wahrscheinlich keiner komplett angeguckt, wird kaum einer irgendwie auch wirklich viel Sinn darin sehen, weil, und das kann ich voll nachvollziehen, wenn ihr eben der Zuschauer seid. Viele Zuschauer, das habe ich so einfach mitbekommen, wollen gar nicht wissen, was hinter den Kulissen abgeht. Die wollen nur die Tests sehen und die eigene Meinung, wie man das Ganze hintenrum um YouTube sieht. Dass nur die Großen gepusht werden, die Kleinen eben nicht so und hin und her, die wollen das nicht sehen. Also dieses ganze Hintergrund. Und ich weiß, ich overshare, also ich erzähle zu viel, gerade aus eben persönlicher Sicht, gerade aus eben YouTube-Sicht, Views, bla, bla, bla. Aber ja, ich glaube, viele vergessen, was YouTube ist oder als was YouTube gestartet hat, was es eigentlich nicht mehr ist. Das hat man als soziale Plattform gestartet, also wo Leute einfach nur ihre Meinungen in ihren Videos und so weiter geshared haben. Jetzt ist es mittlerweile eine Profiplattform, wo nur noch hochwertige Dokus laufen, nur noch professionelle Tests, nur noch schönes Zeugs und wo einer wie ich dann total raussticht, aber eben nicht im positiven Sinne. Ich werde allerdings dabei bleiben. Ich werde euch öfter mal, wenn es einfach meiner Meinung nach aus meiner Seite, also meinerseits nötig ist, euch auch Dinge erzählen, die euch vielleicht nicht interessieren. Denn es gibt Leute, wie mich zum Beispiel, ich sehe das in den Kommentaren, die eben gerade sowas wissen wollten. Denn ich muss sagen, bei vielen YouTubern interessiert mich gerade, was hinten rumläuft, was die über bestimmte Produkte denken, außerhalb des Tests. Ob es jetzt ein Livestream ist oder ob es jetzt solche Ramblings sind, wo ich allerdings bei anderen eben nicht sehe, weil sie eben Angst haben, dass das eben negativen Einfluss hat auf die Views. auf die Hersteller und so weiter und so fort. Und ja, das ist eben so die Sache. Ich will sowas wissen. Ich will einfach dann wissen, wie tickt derjenige? Und da ist mir so, was er dann zum Beispiel in einem Livestream über ein Produkt sagt, teilweise wichtiger, als was ich in einem Test mitbekomme. Denn da hört man einfach wirklich so ungefiltert, ohne groß nachzudenken, also in bestimmten Situationen natürlich, was derjenige wirklich denkt. Kann positiv sein, kann allerdings auch negativ sein. Aber es gibt zum Beispiel manche, die wollen wissen, was ich denke, was ich manchmal durchmache. Hört sich jetzt ein bisschen heftig an. Und natürlich, wer bin ich schon? Ich bin, ich sage es immer wieder, ich bin ein kleiner YouTuber, die 100.000, die Zahl sagt gar nichts aus. Anhand der Views bin ich ein kleiner YouTuber. Und was interessiert schon einen meine Meinung? Aber es gibt ein paar wenige, sind nicht viele, die interessiert die Meinung. Und mit den paar share ich die ganze Sache. Also es ist eine relativ kleine Hardcore-Community, also mit denen ich mich öfter mal unterhalte. Aber das Kleine ist mir mehr wert, als dieses ganze große Flache. Aber es ist dann auch wieder das Problem, dass zum Beispiel 85% der ganzen Views sowieso von Nicht-Abonnenten sind, die einfach nur reinkommen, weil sie den Test suchen. Und die meisten Abonnenten gucken die Videos ja gar nicht. Was ich traurig finde. Denn ich persönlich bin einer, ich habe relativ viele in der Abo-Listen, aber bestimmte Kanäle, da gucke ich jedes Video. Ich bin halt wahrscheinlich für viele der Kanal wie für mich, die, die ich nicht regelmäßig gucke. Also es gibt Kanäle, da ziehe ich mir 99% des Contents rein. Und es gibt Kanäle, da ziehe ich mir 1% des Contents rein. Und wären das aber Kanäle, die mehr hinter den Kulissen, mehr Persönliches uns zu zeigen, würde ich da deutlich mehr entscheiden. Aber ich glaube, ich bin da in der Minderheit. So, Video ist mega lang genug. Ja, aber ich glaube, das war nötig. Aber eigentlich wollte ich schon die letzten paar Wochen immer mal wieder irgendwie kurz was loswerden. Habe mich dann dagegen entschieden. Aber ich weiß nicht, es wäre wahrscheinlich besser, dass ich, nein, ich glaube eigentlich auch wiederum nicht, wären das viele kleine Happen, könnte ich einige Leute öfter anpisten oder eben aufregen mit so Content, den sie nicht sehen wollen. Jetzt rege ich sie eben nur einmal auf. Aber ja. Und nochmal, falls das jemand bis zu dem Zeitpunkt gesehen hat, das war keine Rechtfertigung. Das war nichts von dem. Ich wollte einfach nur sagen, was ich sehe, wie ich sehe. Ihr könnt mir gerne eure Meinung sagen, aber ich will jetzt nicht sagen, die interessiert mich nicht, aber die beeinflusst jetzt nichts. Also, wenn ihr mir jetzt sagt, das ist gut und das ist gut, dann bleibe ich nicht dabei bei, wenn es nicht meine wäre. Oder wenn ihr mir sagt, das ist schlecht, das ist schlecht, lege ich es mir auch nicht ab. Das ist einfach nur der Standpunkt, wie ich sehe, was ihr davon haltet, ist ein nettes Feedback, aber nichts, was wirklich was beeinflussen wird, außer ich sehe dann, oh, okay, ja doch, muss ich einsehen, aber ich sehe selten. Zumindest eigene Fehler. Aber das ist ja die Schwäche vieler Menschen. Aber wenn man sich der bewusst ist, dann ist das ja schon was. Aber, ja, ich beende die Sache jetzt am besten und sage Tschau.